Hallo und herzlich willkommen zu Digitales Leben 4. Wir sind Teil einer zunehmend vernetzten Welt, einer Welt voller digitaler Möglichkeiten und Herausforderungen. Wie schon in den ersten drei MOOCs dieser Serie geht es auch in Digitales Leben 4 um verschiedene Bereiche des digitalen Lebens. Um Ihnen einen abwechslungsreichen und vielseitigen Kurs bieten zu können, haben wir wieder verschiedene Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis eingeladen. Ich freue mich sehr, dass diese unserer Einladung gefolgt sind und in den folgenden fünf Lektionen ihre Perspektiven und Einschätzungen mit uns teilen werden. Der rote Faden von Digitales Leben 4 ist das Thema Verantwortung. Verantwortung eröffnet besonders im digitalen Kontext ein komplexes Spannungsfeld. Und dieses Spannungsfeld umfasst nahezu alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Was Verantwortung im Zusammenhang mit digitaler Chancengerechtigkeit bedeutet, werden Sabine Kössegi, Doris Schmidauer und Beate Winkler von der Initiative Digitalisierung Chancengerecht in Lektion 2 aufzeigen und auch gemeinsam diskutieren. Danach richtet Geraldine Fitzpatrick unseren Blick auf ein Thema, das uns alle betrifft, aber nur sehr selten im medialen Vordergrund steht. Das Thema des Alterns und der Pflege. Inwiefern kann der digitale Wandel unsere alternde Bevölkerung unterstützen und wie kann dieser Wandel verantwortungsvoll vonstatten gehen? Das erfahren wir in Lektion 3. Lektion 4, gestaltet von Dirk Lange und Johanna Taufner, thematisiert den digitalen Wandel unserer Kommunikationskulturen und die daraus folgende Verantwortung, die der politischen Bildung zufällt. In Lektion 5 erwartet uns dann noch eine Datenreise. Katja Mayer veranschaulicht auf eindrucksvolle Weise, worum es eigentlich geht, wenn wir von Big Data und KI-Systemen sprechen. Sie verdeutlicht, dass dabei der Umgang mit Daten und Algorithmen offener und verantwortungsbewusster werden muss. Und zum Abschluss spricht Tara Andrews in Lektion 6 über die Digital Humanities, also die Digitalität in den Geisteswissenschaften. Neue digitale Zugänge in Geisteswissenschaften basieren auf der Auswertung nie zuvor dagewesener Datenmengen. Sie lassen uns kanonisierte Annahmen und bisher sicher geglaubtes Wissen in einem ganz neuen Licht betrachten. Aber wer bestimmt, welche Daten das sind und wer trägt die Verantwortung für ihre Auswertung? Sie sehen, es gibt also auch im vierten Munk der Serie Digitales Leben viele Fragen zu beantworten, vieles zu entdecken und natürlich hoffentlich auch viel zu lernen. Ich freue mich auf Ihre Beiträge in unseren Diskussionsforen und wünsche Ihnen ganz viel Spaß und Spannung mit den Inhalten. Herzlich willkommen im Kurs Digitales Leben 4.